. Ich glaub, ich weiß gern mal, wie die gespielt haben. Die haben das Spiel immer sonntags. Da hab ich echt mal gespannt. Das ist so krass, ne? Weil du weißt gar nicht, was abgeht, ne? Mhm. Meinst du, morgen läuft das mal wieder ganz normal ab? Oder meinst du das wieder irgendwie so ... Wie war es sonst mit den Nominieren? Wurdet ihr da aufgerufen immer? Oder am Abend in der Live-Show? Ja, normal halt aufgerufen, dass du dann zwischendurch rein musstest. Und einmal war halt diese Aktion, wo die vorher fest ... Oh, nee. Sehr gute Zeiten, schlechte Zeiten, ein Leben, das neu beginnt. Durch Liebe und Schmerz wird in guten und in schlechten Zeiten dein Schicksal bestimmt. Viel Glück. Ihr seid super. Verlieben sich auf jeden Fall. Wir haben grad Amor gespielt. Ja, Mann. Wollen wir nach vorne? Nee, geil, können wir. Komm. Aufstehen. Junge. Komm, komm. Ah, Sender. Yi. No, nein. Keine childcare. Top 10. Das vårda Ciao. Ja. Im K peas.